Musik Wir von der FDP-Jungfreisinnigen Fraktion teilen Ängste und Befürchtungen in Zug auf die automatische Gesichtserkennung nicht. Wir sind der Meinung, dass solche neue Möglichkeiten immer im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit selbstverständlich durchaus eingesetzt werden können. Wir haben Vertrauen in unseren Rechtsstaat und wir glauben, dass der Staat und seine Behörden auch neue Möglichkeiten nutzen dürfen. Selbstverständlich immer im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit und des Legalitätsprinzips. Darum sind wir gegen ein grundsätzliches Verbot der automatischen Gesichtserkennung. Musik 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 Musik